Fritz Ebert war ein deutscher Fußballspieler. Als Torwart des 1. FC Köln gewann er 1962 und 1964 zweimal die Deutsche Meisterschaft. Laufbahn Als Torwart der Thuru Düsseldorf machte das 20-jährige Talent in der Verbandsliga Niederrhein auf sich aufmerksam. Von Bundestrainer Sepp Herberger wurde der sprunggewaltige Amateurspieler am 26. Mai 1957 für das Länderspiel der Juniorenauswahl U23 in Bayreuth gegen die Tschechoslowakei berufen. Beim 1-zu-1-Remy bildete er zusammen mit dem Verteidiger Paul Herbert Dienald und Hermann Höfer das Schlussdreieck der Deutschen Elf. Am 20. und 26. Juni schlossen sich noch zwei Testspiele in DFB-Teams in Schweinfurt und Berlin an. Zur Saison 1957-58 still wechselte er in die Fußball-Oberliga West zum 1. FC Köln. Trainer Hennes Weisweiler startete mit dem Neuzugang aus Düsseldorf am 11. August 1957 in die Oberligasaison 1957-58 still. Die Geisbock-Elf gewann mit 4-zu-2 Toren bei Fortuna Düsseldorf. Im Lauf der Runde setzte sich aber der vormalige Stammtorhüter Günther Klemm wieder durch und Evert kam in seiner ersten Oberligasaison auf 9. Einsätze. Köln wurde Wiesemeister und zog in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Ein Evert musste sich aber mit der Ersatzbank begnügen. Im zweiten OL-Jahr 1958-59 still eroberte Evert sich aber die Nummer 1 beim 1. FC Köln. Wurde mit der Mannschaft des neuen Trainers Peter Schabow Vizemeister und absolvierte in der Endrunde alle sechs Spiele. Sein erstes Entrundenspiel war aber eine 0-4-Niederlage am 16. Mai 1959 in Ludwigshafen gegen den Südwestvertreter FK Pirmasens. In der Saison 1959-60 still feierte die Mannschaft von Präsident Franz Kremmer die Westmeisterschaft. Evert hatte alle 30 Rundenspiele bestritten und zog mit Trainer Oswald Pfau in der Endrunde auch in das Finale am 25. Juni 1960 in Frankfurt gegen den Hamburger SV ein. Mit der Defensivbesetzung Evert im Tor, dem Verteidigerpaar Georg Stollenberg und Karl-Heinz Schnellinger sowie der Läufer Reihe mit Josef Röhrig, Leo Wilden und Hans Sturm ging das Endspiel mit 2 zu 3 Toren verloren. Von 1960 bis 1963 feierte Fritz Evert mit dem 1. FC Köln in der Oberliga West viermal die Meisterschaft, zog dreimal in das deutsche Endspiel ein, wurde 1962 deutscher Meister und absolvierte insgesamt 28 Endrundenspiele. In der Oberliga West kam er von 1957 bis 1963 auf 130 Ligaspiele. Im Europacup hatte der groß gewachsene Torhüter in den Runden 1958 59 bis 1961 62 bereits im Messecup Erfahrung gesammelt. Als souveräner Meister trat Köln im Landesmeisterwettbewerb am 5. September 1962 im Hinspiel beim schottischen Meister FC Dundee als Favorit an. Es wurde zu einer Blamage, mit 1 zu 8 verlor die Mannschaft vom Trainer Tchaikovsky. Bereits in der vierte Minute hatte sich Keeper Evert nach einem Luftduell mit einem Schotten verletzt, sodass er zunächst benommen weiterspielte. Aber in der zweiten Hälfte durch Feldspieler Anton Rieck ersetzt werden musste, da es zu dieser Phase noch keine Einwechslung gab. Mit dem Spieljahr 1963-64 still startete die eingleisige Fußball-Bundesliga. Der viermalige Serienmeister der Oberliga West 1. FC Köln wurde seiner Favoritenrolle mit dem neuen Trainer Georg Knöpfle gerecht und eroberte die erste Meisterschale in der Bundesliga. Der Torhüter gehört dem Spielerkreis an, die am Starttag der Bundesliga am 24. August 1963 als Aktiver die Liga zum Laufen brachten. Köln gewann mit 2 zu 0 Toren beim 1. FC Saarbrücken und vor Evert agierte das Verteidigerpaar Fritz Pott und Anton Rieck und die Defensive wurde durch. Die Läuferreihe mit Helmut Benthaus, Leo Wilden und Hans Sturm vervollständigt. Evert war in 26 Spielen ein sicherheitgebender Rückhalt im Tor und wurde in den vier restlichen Spielen von Anton, Toni, Schumacher vertreten. Eine überragende Leistung brachte er am 13. Spieltag dem 30. November 1963, als der Tabellenführer Köln mit zwei Punkte Vorsprung beim Verfolger Borussia Dortmund anzutreten hatte. In der Bundesliga-Chronik 1963-64 wird zum 3 zu 2 Erfolg der Kölner notiert. War er im ersten Bundesliga-Jahr noch Stammkeeper des FC, so verlor er in der darauffolgenden Spielzeit 1964-65 seinen Platz an Toni Schumacher. So stand er auch im Europacup der Landesmeister in der zweiten Runde gegen Panathinaikos Athen im November 1964 im Tor. In den drei legendären Spielen im Viertelfinale gegen den FC Liverpool im Februar und März 1965 hütete aber Toni Schumacher das Kölner Tor. In seiner letzten Saison in Köln 1965-66 kam er nur noch zu zwölf Bundesliga-Einsätzen. Sein letztes Pflichtspiel absolvierte er am 30. April 1966 bei der 2 zu 3 Auswärtsniederlage gegen Borussia Dortmund. Von 1963 bis 1966 hatte Ewart 45 Bundesliga-Spiele bestritten. Im Europacup stand er in zwölf Spielen im Kölner Tor. Als 1966 mit Milutin Sorskitsch ein jugoslawischer Nationaltorwart verpflichtet wurde, wechselte Ewart in die Niederlande zum AZ-Alkmaar. Insgesamt hatte er für die Kölner 230 Pflichtspiele bestritten. In Alkmaar spielte Ewart nur eine Saison. Bereits 1967 kehrte er zur Toru Düsseldorf zurück. 1973 spielte er noch für die SPV Gefrechen. Noch als Amateurspieler von Toru Düsseldorf begann die internationale Karriere des Torhüters. Erstmals am 26. Mai 1957 wurde er vom damaligen Bundestrainer Sepp Herberger in die Junioren-Nationalmannschaft U23 berufen. Als Torhüter des 1. FC Köln folgten in der Saison 1958-59 still zwei weitere Einsätze gegen Dänemark und England in dieser Talentauswahl des DFB. Am 3. Oktober 1959 wurde er vom Bundestrainer beim B-Länderspiel in Konstanz gegen die Schweiz getestet. Bei der 0-1-Niederlage gegen die Eidgenossen bildete er zusammen mit den Verteidigern Friedel Lutz und Willi Giesemann sowie der Läuferreihe mit. Willi Schulz, Ferdinand Wehauer und Dieter Stinker die Defensive. Sein Debüt im A-Nationalteam gab er am 21. Oktober 1959 in Köln beim 7-0-Sieg gegen die Niederlande. Insgesamt spielte er viermal in der deutschen Nationalmannschaft. In der besten Phase von Fritz Ewert war Hans Dekowski der Stammtorhüter in der Nationalmannschaft. In zwölf Länderspielen saß der Kölner Keeper auf der Ersatzbank. Spielte in diversen Testspielen der DFB-Auswahl und war letztmals beim Länderspiel am 29. April 1964 in Ludwigshafen gegen den Wiese-Weltmeister. Tschechoslowakei Ersatztorhüter Fritz Ewert verstarb 1990 nach langer, schwerer Krankheit. Erfolge Deutscher Meister Vizemeister Semurar